So, hier sind wir jetzt in der Lobby von Ibero.pl nach Kali-Oasis. Hier ist die Rezeption. Hier sind dann Sitzgelegenheiten. Und hier hinten ist dann auch direkt schon die erste Bar. Direkt hier in der Lobby, das ist total schön. Zu begrüßen gibt es hier Cocktails. Und hier ist dann wieder da. Die erste Bar. Und hier ist dann wieder da.